Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute möchte ich mich mit Taiwans Textilindustrie und ihrer derzeitigen Situation beschäftigen, die wie viele andere Industrien in Taiwan und weltweit auch von der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt wurde und wird. Doch wie Alexander Hirschle von Taipei Germany Trade & Invest analysiert, scheint sich die taiwanische Textilindustrie allmählich wieder zu erholen. Und den Hauptteil meines heutigen Berichtes ziehe ich übrigens aus der sehr detaillierten Analyse von Alexander Hirschle. Insgesamt ist Taiwans Textil- und Bekleidungsindustrie überwiegend exportorientiert und gemäß einer Statistik des Taiwanischen Statistikamts ist die Textil- und Bekleidungsindustrie derzeit der viertgrößte Devisenbringer Taiwans. Auch weltweit spielt Taiwans Textil- und Bekleidungsindustrie eine große Rolle und hat sich zu einem wichtigen Lieferanten von Textilprodukten weltweit entwickelt. Im Jahr 2019 belief sich der Welthandel der Textilindustrie auf 305 Milliarden US-Dollar. Taiwan war dabei das achtgrößte Land. Der größte Exporteur war China mit einem Exportvolumen von 119,6 Milliarden US-Dollar, was 39,2 Prozent des weltweiten Textilhandels ausmacht. Bevor ich aber mehr auf die aktuelle Situation eingehe, noch etwas über die Entwicklung in der Vergangenheit der taiwanischen Textil- und Bekleidungsindustrie. In der Anfangsphase importierte die taiwanische Textilindustrie Rohstoffe für die Verarbeitung und exportierte den Großteil der Fertigwaren auf die Überseemärkte. Später ging der Sektor dazu über, Materialien aus der Petrochemie zu verwenden und importierte gleichzeitig auch Rohbaumwollgarn und künstliche Stapelgarne. Nach und nach wurde die Branche vertikal integriert und verband schließlich alle Glieder der Lieferkette, einschließlich der Herstellung von Chemiefasern, der Spinnerei, Weberei und Strickerei, Färberei und Veredelung sowie die Bekleidungs- und Zubehörindustrie. Seit ihren Anfängen hat die taiwanische Textilindustrie kontinuierlich in neue Maschinen investiert und neue Produkte entwickelt, um die Nachfrage auf dem Weltmarkt zu befriedigen, so das taiwanische Wirtschaftsministerium. Als Ergebnis dieser Bemühungen hat die Textilindustrie ein umfassendes Produktionssystem aufgebaut, das Taiwan zu einem wichtigen Lieferanten von Textilprodukten für die ganze Welt gemacht hat. Die taiwanische Textilindustrie musste 2020 starke Einbußen beim Export hinnehmen, da sich die wegbrechende globale Nachfrage negativ auf die stark exportorientierten lokalen Hersteller auswirken. Durch die Lockdowns weltweit mussten Bekleidungs- und Sportartikelhersteller vor allem in den USA und Europa erhebliche Einbußen hinnehmen. Dies hat die Aufschiebung oder komplette Stornierung von zahlreichen Aufregen zufolge. Hiervon waren nahezu sämtliche Segmente der Lieferketten auf der Insel betroffen. Die Produktion des gesamten Sektors ging daher im vergangenen Jahr um knapp 20% auf 9,8 Milliarden US-Dollar zurück. Der Output von Bekleidung musste nur Einbußen von rund 12% hinnehmen, macht aber auch nur einen Bruchteil des Gesamtumsatzes aus. Zahlreiche Branchenfirmen schlitterten in Schwierigkeiten und mussten finanzielle Unterstützung von Seiten der Regierung im Rahmen des Corona-Hilfspakets beantragen, um diese kritische Phase zu überstehen. Auf der Insel wurden 2019 insgesamt 4.335 Unternehmen im Sektor gezählt mit ca. 150.000 Beschäftigten. Doch schon in der zweiten Jahreshälfte 2020 zeichnete sich ein Aufwärtstrend bei den taiwanischen Textilherstellern ab. Die Kapazitätauslustung in einigen Segmenten stieg von 30 bis 40% im zweiten Quartal auf bis zu 90% im vierten Quartal. Das hat sich bis 2021 fortgesetzt. Aufgrund der weltweiten Impfkampagne und der globalen Konjunkturerholung kann die Branche auf eine graduelle Besserung der Nachfrage hoffen bzw. sieht sie schon. Nach Schätzungen von Euromonitor soll der globale Bekleidungs- und Schuhmarkt 2021 um fast 14% wachsen. Im ersten Quartal 2021 ging die Produktion der taiwanischen Hersteller nur noch um 2,2% im Vergleich mit der Vorjahresperiode zurück. Der Bekleidungsbereich wies sogar ein leichtes Plus von 2,4% auf. Ob sich die Erholung der Branche jedoch langsam in eine Richtung eines V bewegen wird, hängt nach Einschätzung von Experten zu großen Teilen vom weiteren Verlauf der Pandemie rund um den Globus ab und ob weitere Virusvarianten nicht doch wieder zu Einschränkungen des Alltags führen werden. Was das angeht, sieht es in Europa derzeit ja teilweise nicht so gut aus, doch wie sehr der derzeitige Anstieg der Covid-19-Fälle zu Einschränkungen und weiteren Beeinträchtigungen der Nachfrage nach Textilien führt, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig hat die Pandemie zu neuen Schwerpunkten in der taiwanischen Textilindustrie geführt. Bereits 2020 zeichneten sich Verschiebungen innerhalb des Sektors ab. Ein wichtiger Teil der taiwanischen Textilindustrie ist im Bereich Sport- und Freizeitartikel aktiv. Da dieser Artikel für den Gebrauch im Freien durch diverse Lockdowns und Ausgangssperren weniger gefragt waren, fokussierten sich die taiwanischen Branchenfirmen beispielsweise auf die Produktion von bequemen, elastischen und antibakteriellen Textilien, die mehr auf Freizeit- und Sportwaren für den Gebrauch zu Hause abzielen. Darüber hinaus stellten einige Firmen auf medizinische Güter um, wie etwa Schutzmasken und Schutzbekleidung. Neben dem Gesundheitssektor dürften künftig der industrielle Bereich wie die Kfz-Industrie, die Landwirtschaft oder die Windenergie als Abnehmer an Bedeutung gewinnen. Taiwanische Branchenvertreter sind der Überzeugung, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie einen Wendepunkt für die Aktivitäten der taiwanischen Firmen darstellen. Die taiwanischen Hersteller seien schon immer sehr innovativ gewesen, um sich auf verändernde Rahmenbedingungen einzustellen. Auch künftig sei dies zu erwarten, so die Stimmen. Wie man sagt, liege dies auch daran, dass der Großteil der taiwanischen Hersteller, sei es in der Textilindustrie oder in anderen Branchen, Klein- und Mittelbetriebe sind, die sehr schnell reagieren können. Die Reise wird demzufolge in Richtung einer zusätzlichen Intensivierung von Forschung und Entwicklung gehen. Ein weiterer wichtiger Bereich, der nach Einschätzung von Experten künftig massiv an Bedeutung gewinnen wird, ist die Digitalisierung der Branchenfirmen, wie etwa der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder intelligenten Produktionstechnologien. Der taiwanische Textilsektor gilt als eine reife und gut etablierte Industrie im globalen Kontext mit fast allen Stufen der Lieferkette an einem Ort. Unternehmensvertreter sprechen von einem taiwanischen One-Stop-Shop in diesem Zusammenhang. Wie gesagt, sind die taiwanischen Hersteller ein enorm wichtiger Akteur in den internationalen Lieferketten. Der Exportanteil belieft sich im Jahr 2020 auf 77% bzw. 7,5 Milliarden US-Dollar. Taiwanische Firmen haben zwar in den vergangenen Jahren große Teile ihrer Produktion aus Kostengründen und einem Mangel an Beschäftigten in andere Länder Südostasiens verlagert, wie zuletzt vor allem nach Vietnam oder auch Kambodscha. Dennoch werden die großen Entscheidungen über Investitionen und die Anschaffung anspruchsvoller Kapitalgüter weiterhin in den Mutterhäusern in Taiwan getroffen, wie Branchenvertreter bestätigen. Aus diesem Grund sind eine Präsenz auf der Insel und der direkte Kontakt zu den Firmen weiterhin sehr wichtig, wenn man hier ins Geschäft kommen will. Darüber hinaus wird der Aspekt von Nachhaltigkeit eine immer stärkere Bedeutung gewinnen. Dies betrifft sämtliche Stufen des Herstellungsprozesses, angefangen von den Roherzeugnissen wie nachwachsenden Materialien oder wiederverwertetem PET, etwa aus Fischfangnetzen oder Plastikflaschen. Nach Angaben des Fachverbandes Taiwan Textile Federation gilt Taiwans Textilindustrie bereits heute als führend in diesem Bereich. Aber auch im Produktionsprozess selbst werden zunehmend erneuerbare Energien, wie von Solarpanels sowie wassersparende Technologien eingesetzt. Zusätzlicher Druck kommt von den großen internationalen Abnehmern, die ihre Umweltziele auf alle Bereiche der Lieferketten ausdehnen. Die Branchenaktivitäten in Taiwan selbst konzentrieren sich auf die Herstellung hochwertiger, technischer und Performance Textilien sowie auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Dominierende Bereiche sind dabei unter anderem Glasfaserprodukte, Fließstoffe, imprägnierte Textilien oder Polyestergarne. Nach Aussage deutscher Unternehmensvertreter vor Ort gibt es gute Kooperationsmöglichkeiten mit lokalen Produzenten, um auf diese Weise das Entwicklungspotenzial der Branche, zum Beispiel im Bereich Textilmaschinen, auszuschöpfen. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.